Als Eigenproduktion des Hauses ist die Planung und Vorbereitung der Show über einen langen Zeitraum passiert. Vor über zwei, drei Jahren hat sich das Haus zusammengesetzt und überlegt, was wollen wir tun. Ich selbst bin vor etwa einem Jahr dazu gekommen. Das Hauptfeld meiner Arbeit als musikalischer Leiter würde ich in zwei Teile unterteilen. Das eine ist selbstverständlich die ganze Vorarbeit vor der Probephase. Das bedeutete das Hinsetzen mit dem künstlerischen Leiter, die Auswahl der Musik und die Vorbereitung der Musik, sodass die einzelnen Leute ihre Parts vorbereiten können. Das andere ist natürlich der super spannende Part gewesen, vor Ort in den zwei Wochen Probephase das Ganze zusammenzuführen. Menschen, die vorher noch nie miteinander Musik gemacht haben, haben plötzlich auf der Bühne zusammengefunden und müssen miteinander groven. Für mich ist die Arbeit jetzt erstmal getan und ich freue mich jetzt darauf, mit euch gemeinsam im Saal die Show angucken zu können. .